Alter, was machst denn du hier schon wieder? Heute Samstag, Megalodon ist heute. Ich wiederhole nochmal bitte, wie diese eine lange Abfahrt, die einmal im Jahr ist, wie das heißt. Megalodon? Los, lass uns den Start fahren. Los. 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 Oh, meine Kette! Der hat den am Schlauch verloren! Los. Ich habe einen technischen Defekt. Los. Wow! Wow! Es wird nicht aufgegeben. Grüß, du hättest recht. Leider wegen technischen Defekten ausgefallen. Kette runter. Bei den schönen Korb verbogen. Das gibt die Ärger mit der Tochter. Wenn du Backlip ziehen willst, ist das scheiße. Das ist klar. Das ist gegen Gefahr. Muss doch runter machen. Ja, das sind zum Glück nur kleinere Reparaturen. Eigentlich ist nur die Kette unten. Ich muss meinen Lenker nachstellen. Der hat sich gerade leicht bewegt, als ich den Abhang runter bin. Aber macht Spaß. Geht besser als gedacht mit diesen kleinen Fahrrädern. Ziel für den zweiten Lauf? Platz 1. Ich habe das Rennen ja souverän angeführt. Bis leider meine Kette abgesprungen ist. Ich dachte, ich hatte einen Schurz. Oder umgekehrt. Das weiß ich nicht genau. Aber ist egal. Ich schiebe es auf die Kette. Ziel für das zweite Rennen ist ganz klar Platz 1. Ich muss auf dem Treibchen stehen. Vielen Dank. Wir werden die Kette wegwerfen. Jaja. Wir werden Kette bekommen. Nein! Na vor, wir machen! Na vor, wir machen! Auf die Blätter! Ja, wir sind hier! Watch the game! Ja! Es war wieder klar! Die dumme Sch*** Wooh choo! Hh-h-h-h... Oh, da sind die Bedeute! Ey, das ist fantastisch! Rundf! 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 Danke, da bin ich wohl, Junge. Ich muss doch meinen Händen abnehmen. Ich habe uns ein wenig Platz geschlossen. Hallig, gell? Das Ding sieht ab. Alter, mach Flüge! Ich habe einen Schatz da vorne. Eti ist schlecht. Eti will nach Haus. Eti will nach Haus? Eti ist gotts übel. Eti will baden. Ich bin noch nicht so weit. Fertig! Los! Was ist das? Das ist so gut. Das ist das, was ich bin. Was ist das? Ich hab den letzten Stoff nicht mehr da Wer ist denn das? Mach die ab Mach mal Da, wer ist das? Gerhard Du sch*** bist umgehauen Das blöde Sch*** von Megan Alleine durch Ich bin reingefahren Zum Glück haben wir Videobeweis Statement zum zweiten Rennen Statement zum zweiten Rennen Ich sag die Challenge fürs dritte Rennen Weiter kommen wir jetzt in die Kurve Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft Was machst du? Mach's mir schon ein bisschen Angst, aber nicht die Maske Das bist eher du Schick mal die Drohne herher Alter, das geht Wir wollen hier Alter Nein, wir wollen da rüber Wollen die Szene drehen Aber ihr könnt ja auch mal hier fahren Aber Aber Ich KNOW Naja Tampal Boah Boah Woh Boah Boah Woh Woh Boah Wah Woh 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 Ja, der Christ, der ist zu krass. Alter! Das ist mal aufnehmen. Das ist mal aufnehmen. Ja, naja, dann. Freude aus, ready? Wo ist die Kamera? Das wäre sie geil. Freude aus, ready? Wo ist die Geld? Ah. Es war der Scheiße! Das gab's doch gar nicht! Der hüpft hier runter wie so ein Flubbi! Das hast du davon! Das hast du davon! Das hast du davon! Das hast du davon! Was hast denn du dazwischen 10? Irgendwas ist da vorne komplett schief gegangen. Hinter wem bist du vorhin gefahren? Ich glaube hinter mir. Nimm das nicht auf! Säle! Säle! Ja. Lungen! Säle! Baby, I'm a A-D-D, baby This is how an angel dies Baby, I'm my own surprise Baby, I'm a A-D-D, baby Sell 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 Maybe I should cry for help Maybe I should kill myself Baby, I'm a A-D-D, baby Maybe I'm a different breed Baby, I'm a listening So baby, I'm a A-D-D, baby Sell 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 La 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 sal Sound 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 Hey! Du jaht die Sch***kamera weg! Sieht rastisch komplett aus! Aber ich... Eine Sch***aufgabe habt ihr! Oder du! Auf die Penner hoch! Du jaht die Sch***